Hallo Leute, letztes Mal haben wir ja das Kolosseum da hinter mir fertig gebaut und ich habe euch versprochen, heute bauen wir Strassen und zwar römische Strassen, denn die sind so gut gebaut, dass sie über Jahrtausende hinweg überdauert haben. Und von der Konstruktion her hat sich eigentlich nicht sehr viel verändert mit verschiedenen Lagen an Untergrundmaterialien, so werden auch heute noch Strassen gebaut. Aber hier in Minecraft, da interessiert uns eigentlich nur die oberste Schicht, denn alles was darunter liegt sehen wir nicht. Die Straße wird eine Breite von 6 Blöcken haben und dann haben wir sowas wie ein Gehsteig, was das Ganze dann 8 Blöcke breit macht. Das heisst hier dazwischen haben wir genau genügend Platz, dass wir da hinten an unserer Therme vorbeikommen. Aber da zwischen Kolosseum und Therme, da reicht es nicht für eine ordentliche Strasse. Drum müssen wir schauen, wie wir das da hinbekommen. Und wenn wir schon dabei sind, Strassen zu legen, dann müssen wir vielleicht uns auch darum kümmern, dass unsere Basilika hier nicht in der Luft schwebt, sondern dass wir vielleicht so ein paar Bögen darunter haben, sodass der Fluss darunter durchgehen kann. Und ich denke, da auf dieser Seite, da steht Teil der Therme auch im Wasser. So, da müssen wir auch etwas Landaufschüttung betreiben und vielleicht den Hügel da hinten etwas abbauen. Also das heisst, wir werden hier eine Hauptstraße haben und dann vielleicht hier rum einen schmaleren Pfad. Und hier auf dieser Seite, denke ich, können wir verzweigen, eine Straße auf dieser Seite durch. Vielleicht bekommen wir da was hin. Aber wir werden sicher auch hier rumgehen und dann hier dazwischen durch einen Weg haben zu unserer Landwirtschaftsvilla. Und wie sieht es denn hier aus? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Vielleicht ein schmaler Weg hier auf der Rückseite zu unserer Gunpowder fahren. Ansonsten können wir auf der Vorderseite noch eine Straße durchmachen. Hier und dann den Eingang da drüben verbinden. Aber zuerst muss ich sowieso mal die Straße ausheben, sodass wir Blöcke platzieren können. Das, was wir hier sehen, ist in etwa die Struktur von unseren Straßen. Was hier natürlich noch fehlt, ist quasi der Gehweg auf der Seite. Und dann auch noch Hindernisse. Und wie wir hier sehen, auf dieser Seite, die Höhendifferenz in der Landschaft sind schön mit eingeflossen. Und wenn wir hier mal rumfliegen, habe ich hier rundherum schon mal das Layout gelegt für unsere Straßen. Bis da hinten hin und auch nur bis hier hin, nicht weiter zu unserer Villa. Denn von hier nach draußen sind wir vielleicht etwas außerhalb der effektiven Stadt. Das heißt, vielleicht müssten da die Wege dann auch thematisch etwas anders aussehen. Aber wie ihr seht, habe ich da einiges an Arbeit vor mir. Und hier die Diagonale ist vier breit. Oder drei. Je nachdem, wo man zählt. Während hier auf den geraden Strecken sind es sechs Blöcke. Aber ich denke, wenn man das so anschaut, dann macht das doch den Eindruck, als ob die Wege gleich breit sind. Und ich muss hier einfach weiter Blöcke platzieren, bis wir überall durch sind. Die Straßen sind nun alle komplett. Auch hier mit den Gehsteigen. Nur zur römischen Zeit haben die wahrscheinlich nicht Gehsteige geheißen. Und zumindest hier, wo wir eben sind und geradeaus, sehen wir keine größeren Probleme. Hier, wo es etwas uneben wird, sehen wir, da passt nicht ganz alles zusammen. Und insbesondere hier, da unten, schaut noch Erde raus. Die muss sich noch ersetzen. Und der nächste Schritt hier ist nun effektiv etwas mehr Detailarbeit. Teilarbeit, denn wir wollen hier in der Mitte, wo ist unser Ausgang? Hier. Hier in der Mitte gibt es dann so Fahrspuren. Und ich mache die, mache ich die fünf auseinander. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Erhöhungen hier waren, um die Geschwindigkeit zu regulieren. Oder ob das einfach eine günstige Maßnahme war, um all der Scheiße von den Rössern und den Ochsen, die da auf der Straße rumlag, zu entkommen. Wenn man die Strasse überqueren wollte. Und hier auf der Seite werden wir dann noch ein paar Öffnungen machen für Gullis, damit das Wasser auch abfließen kann. Die Stolpersteine hier in der Mitte sind alle platziert. Und auf der Seite haben wir auch die Wasserabflüsse. Bei manchen ist sogar noch etwas Wasser drin. Hier auf der Seite auch überall schön dafür gesorgt, dass der Gehsteig einheitlich ist. Nicht, dass wir da Erde drunter haben. Oder fast überall. Aber was wir noch nicht gemacht haben, ist das ganze Terraforming da drüben. Und auch wenn wir hier durchschauen, dieser Teil der Straße, der schwebt in der Luft. Und ich denke, da müssen wir etwas mit Erde aufschütten. Und auch hier auf der Seite vom Kolosseum bin ich mir noch nicht schlüssig, wie wir da die Wege machen. Und hier quasi der Abschnitt zwischen Straße und Kolosseum ist momentan Gras. Ich denke, das sollte vielleicht auch gepflastert sein. Aber all das ist ein Projekt für morgen oder übermorgen. Oder vielleicht auch nächste Woche. Jedenfalls nicht mehr für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, dann hinterlasst mir doch einen Daumen hoch und ein Abo. Und dann sehe ich euch sicherlich bald wieder in der nächsten Folge. Wo wir vielleicht hier weitermachen oder uns um etwas anderes kümmern. Wir werden sehen. Also bis dann und tschüss.